Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video bei Let's Plays by Joker911 und da im Moment das Internet ja eh down ist, bringt es ja nix zu spielen, deswegen, ich kann ja nicht spielen und deswegen mache ich einfach mal ein neues Video und ich habe ein Video gemacht von Sniper vs. Stunters und zwar ist das ein Spiel von der ganzen Länge mit meiner Crew, habe ich schon gemacht und wir haben locker natürlich gewonnen. Und da haben wir dann 86.000 und 28.000 RP bekommen. Ja, das ist schon ziemlich viel für 7 Runden, das Video geht knapp 54 Minuten. Ich hoffe es stört euch nicht, dass ich das voll länger gemacht habe, weil es ist echt lustig anzusehen. Leider habe ich ohne Ton, also konnte ich das Gespräch nicht aufnehmen, weil ich ja mit meinen Leuten reden musste. Wir müssen noch einen Teamspeak-Server einrichten, damit wir das alles aufnehmen können und damit wir, damit ich in den Videos auch die Gespräche aufnehmen kann. Weil die sind ziemlich lustig, was wir da immer so sagen. Und ja, ähm, was gibt es da zu sagen? Naja, ich habe hier ziemlich gut zu Kills gemacht, finde ich. Ich war ziemlich gut, meine Leute waren ziemlich gut. Und ich finde, wir haben das Gegnerteam zusammen richtig platt gemacht. Das ist natürlich das Entscheidende bei Sniper vs. Stunters, dass man mit seinen Clans spielen soll oder mit seinen Freunden nur, weil man kann sich halt unter Verständigen. Verständigen. Und das haben wir auch natürlich gemacht. Wir hätten natürlich eine richtig volle Lobby haben können mit 8 zu 8. Also 16 Spieler passen ja immer da rein. Und, naja, es geht halt nicht anders. In den nächsten Tagen werde ich noch ein Video vielleicht machen und zwar zu dem Ausfall hier. Wenn ich es schaffe, naja, mit ein paar Infos. Es gibt ja auch schon wieder Infos von Lizard Squad, diese Wichser. Und zwar wurde von Animals, ähm, Daten freigegeben, wo sie wohnen. Einer soll sogar in Belgien wohnen. Aber wer weiß das schon. Das sind ja angeblich so Hacker. Obwohl es so kleine Pisskinder sind. Ist ja auch scheißegal. Dazu vielleicht später in einem neuen Video, wenn ich es schaffe, es zu machen. Weil ich bin die nächsten Tage nicht zu Hause. Und trotzdem werde ich versuchen, ein zu machen. So, schaut euch das Video an. Ich spule jetzt so lange. Ich spule jetzt schnell vor, bis zum Anfang der Mission. Und dann lasse ich ganz normal weiterlaufen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Lasst eine positive Bewertung da. Ein Abo oder ein Like. Ist mir egal. Ja. Und ich habe jetzt 195 Abonnenten. Das ist richtig geil natürlich. Danke nochmal an euch, Leute. Und ab 200 werde ich natürlich ein Gewinnspiel starten. Unter anderem wird... Was wird denn da verlost? Ja. Ich werde zwei Accounts verlosen. Gemodete Accounts. Unlock All auf GTA. Natürlich nur an die Gewinner. An die ersten zwei... Ersten drei Gewinner. Okay. Äh. Ja. Also, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018